Du warst ja, dein letztes Feedback war nicht so positiv, wie ist es jetzt? Ja, also die eine Hälfte der Karte ist immer noch super, die fand ich so schon gut. Also dieser nördliche Bereich da, dieses kleine Dorf, da hast du halt über viel Deckung, kannst auf engstem Raum spielen, Highdown, Sidescrapen und einfach so auf die Gelegenheit oder auf gute Gelegenheiten warten. Finde ich super, aber Süden ist halt so diese Hügel. Also ich glaube letztendlich ist gar nicht so die Karte das Problem. Sondern eher, dass sobald irgendwo ein Felsen auf einem Berg steht und daneben ein Busch ist, ist irgendwie, weißt du, zwei Drittel der WOT-Spieler gleich so, oh. Ich habe das gerade als T-Shirt-Motiv gesehen. So ein Felsen, daneben ein Busch, mit so einem roten Pfeil, Park, hier please. Genau, ja, aber es ist halt so, weißt du, jede Runde steht da ein Drittel beider Teams und die stehen halt einfach nur da. Die können kaum was beschießen, aber sie stehen einfach nur da. Und wenn du dich dann im Süden irgendwie bewegen willst, wirst du natürlich sofort weggeknallt. So ein Riesendreieck als Herz. Herz, Berg, Busch, Stein. Das muss meine Posi sein. Man kann da auch gut offensiv spielen, indem man gleich am Anfang durchjodelt, aber dann ist man halt wieder auf den Backup vom Team angewiesen. Also sonst wird man einfach selber rausgejodelt. Ich fand ehrlicherweise diese eine Karte mit dieser so ein bisschen mediterran angehauchte, wo in der Mitte dieses kleine Dorf war und dann hast du so ein Gebirge gehabt und so. Die fand ich geil. Das habe ich auch nicht verstanden, warum die es jetzt nicht geschafft hat. Ja, ich fand auch die, oder zumindest alle anderen Karten fand ich auch gut. Ja, diese Winterkarte fand ich nicht so geil. Die hatte so ein bisschen was von Gletscher, gleiches Spielmotiv. Das fand ich jetzt nicht. Aber ja, das war auch nicht meine Favorite. Der Flughafen, den fand ich irgendwie noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Aber interessant. Da kann man was draus machen, wenn man die Landebahn jetzt nochmal ein bisschen verändert. Sinnvolles Bauten. Wo sinnvoll? Was passiert hier? We're lost enemies. Wollen wir durch die Mitte pushen? Können wir machen. Können wir hier reinfahren und gucken, was passiert. Ich will hier gerade so einen ranzigen Kremling auf meinem Bildschirm sitzen. Möchtest du mal kurz kurz hier? Mit Flügeln, ja? Ja, ja. Hm, lecker. Alter, ich war schon so lange nicht mehr im Mittelmeer, dass ich ganz vergessen habe, wie ätzend nervig Zikaden sind. Oh ja. Nicht nur laut, sondern auch einfach nur... Oder weise laut, sondern... Einfach nur lästig. Ja. Vorsicht zu. Wenn ich eh mal den... ...X-Rums da hinten hab. Na, jetzt kommt der da angefahren, auf einmal der Kalibarn. Ey, wie kommt der her? Der chillt ja jetzt, ne? Und der wartet da ab. So in Zeitlupe fliegt der Schuss allein vorbei. Betrackt. Ja. Charlemagne, der lädt 20 Sekunden oder sowas, ne? Echt? Ich finne stehen die 50 und dann können wir hier reingehen. Vorsicht. Oh, sorry. So ein PTA hinter uns, hat geschossen. Ich nehme den mal kurz ab. Oh mein Gott, was mache ich hier? Ach, und die eben beide zu mir. Was seid ihr denn für welche? Ja. Ich weiß, keine anderen Hobbys oder so. Vorsicht, der PTA. Ja, das ist gut. Gott, das war denn das schon wieder. Beide Gegner, Vorsicht, drehen sich beide zu mir. Steht da oben auf dem Hügel was? Nö, bis jetzt hatten wir noch nichts beschossen. Aber das heißt nicht, dass da nichts steht. Mö. Wir wissen ja, wie das läuft. Was hat der PTA jetzt vor? The Great Escape here. Drüben zu tracken. Naja, nicht. Wow. How in the world. Oh, passt jetzt. Ja, da fehlt ja aber noch ein bisschen was, ne? Naja, fehlt noch ein bisschen was, ne? Hier links in der Ecke stand jetzt auch nichts. Hat jedenfalls auch nichts auf mich geschossen. Wir sind alle auf der Nullerlinie, oder was? Wobei, da stehen unser Team ja auch schon mal übelst weit vorne. So, pass mal auf, ich fahre jetzt hier kurz hoch. Da stehen jetzt hier... Fünf Panzer. Naja. Hi. Na? Streuselwagen ist hier. Ich fahre hinter die. Mensch, Gegner, ihr macht ja hier wieder ein Klasse-Match. Ich fahre jetzt hier hinten. Ja. Ja, Skoda T56 fehlt noch. Der WZ-TD fehlt noch. Also, Vorsicht, ne? Ja, ich werde mit allen auf einmal fertig. Sagte er und platzte. Ah, Gegner Skoda versunken, ja. Jawohl. Ja, hier hinten in der Ecke. WZ versucht sich wahrscheinlich auch gerade zu versinken, ne? Die Tortoise hat sich auch zu mir umgedreht. Cool. Oh mein Gott. Ich bin gerade an der Torte gebounced. Oh, T30. Oh, T30 aus der Fahrt und der macht ihn nicht. Bruder! Willst du mich leiden sehen? T30 kommt so um die Ecke. Oh, BAM! Ne. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht erklären, warum wir das Gefecht 15 zu 4 gewinnen. Liegt vielleicht daran, dass 90% der Gegner da einfach an der Ecke kämpfen? Ja, aber auch nicht pushen. Ja, aber das ist genau das, was ich meinte, ne? Baum, Busch, also irgendwie viele Büsche, Deckung und die Leute lieben es, da einfach rumzustehen. Egal, ob es ein Dreieck sind oder ein Viereck oder ein Chevron, was auch immer. Die Leute stellen sich da rein und warten. Dreieck, Vieron, Chevron, alles das Gleiche. Hauptsache Spaß. Ja, ist doch so. Was soll das denn? Aber sag mal jetzt mal. Wenn die Leute dann da. Ja, bitte? Aber sag mal ehrlich, diese Nullerlinie, da ist halt auch so lange vorfahren. Bis du eben an Proxy aufmachst, dann warten, bis dein Team schießt. In der Hoffnung, dass dein Team schneller schießt, als die Gegner dich tot haben. Ja. Das Prinzip von der Nullerlinie finde ich jetzt auch nicht so überragend. Maßen Gun Depression und Turmpanzerung hat. Ja. Du kannst ja auch eigentlich schon hier so lang fahren, ne? Ja. Wenn dir alles zu heikel ist. Ich könnte aber alternativ auch versuchen, hier fortzufahren und dir einen, naja, na, I don't know. Ja, T30 snipen, das ist halt immer so eine Sache, ne? Hm. Ja. Ich denke, so wie die aufgestellt sind, Lorraine, Concept, Arm, X, kannst dich eher hier oben hinstellen und mit reinfarben, oder? Ja, der Ruhr bringt einen first spot. Ja. Also wir haben ein Objekt 777, die Gegner haben schon mehr, äh. Tschüss. Another one down, sagt er. Du, ähm, Farmerino, sag ich nie, no. Der 50B brennt immer noch. 864 Brandschaden. Holy shit. Okay. Alter, die Lorraine wird ja aber auch übelst hart. Junge, wie hart. Wie hart wollt ihr in die Schnauze? Ja. Ja. Ich war nicht darauf eingerichtet, dass sich die Gegner hier einfach wegfarben lassen. Was wollen die? Wollen die den 60TP kennen, oder wie? Drehen sie sich immer zur Seite, oder was ist der Plan? Ich hab eben den EBR übrigens gewonshottet, ne? Oh. Sorry, da hab ich's gar nicht mitbekommen, ich war selber damit beschäftigt, da zu vandalieren. Oh, Margret hat so ein Glück. Da steht ja ein 430U bei uns in der Basis, das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben das hier, äh, im Süden unter Kontrolle. Habt ihr im Griff, sehr gut. Ja, im Norden, nicht wirklich, aber ey. Ey, ihr habt im Norden Mailand. Da muss es einfach nach vorne gehen. Ja. So, ist er jagt ihr jetzt? T30, Snapshot, Gott. Ja. Krass. Und der jodelt da drüben. Shit. Ah, der Konzept steht jetzt hier relativ gut. Ich komm mal zurück. Wird nicht schaden, du. So. Gibt es hier ein internationales Jodel-Konzert, an dem ich als guter Flötenspieler teilnehmen kann? Flötenspieler? Aha. Ja. Seit der Kindheit schon? Hm. Hahnflöte, mein Freund. Ich lerne jeden Mittwoch neue Sachen über dich. Panflötenspieler, also. Du kannst mich auch gerne Panflöten-Gott nennen. Hm. Panflöten-Daddy. Panflöte für mich. Ja. Ja, du war, du bist, du bist relativ musikalisch, ne? Du spielst ja auch so, freiwillig Instrumente und so, ne? Ja, du war auch schon seit einer Weile nicht mehr. Ja, aber ja. In meiner Kindheit war es so, die Kinder wie ich, die jetzt nicht so musikalisch waren und die auch keiner singen hören wollte, die hat man entweder dazu gezwungen, die Panflöte zu lernen oder die wurden, das war dann richtige Geißelung, ans Zylophon gestellt und durften einmal in die Minute BING machen. Hm, verstehe, ja. Das auch nur, damit man keine Sechse im Zeugnis gekriegt hat. So. Der Amix, dem kann ich gleich eine in die Seite löten. Ja, er wird langsam eng hier. Die Gegner, die kommen ja richtig. Beim Karauro kommen die rein, aber die beiden so einen One-Shot da, die Mediums. Hallo. Die 30 kriege ich vielleicht gleich. 5 Sekunden. Chips. Gehen. 69 hat noch ein paar HP, aber ist auch Two-Shot, finde ich. Ja, Triangel war auch so ein nutzloses Instrument für Leute, die gar nichts konnten. BING. Triangel, Xylophon. Ja. Das höchste der Gefühl. Panflöte war schon was für Leute, die zwar auch nicht viel konnten, aber immerhin Noten lesen, genau. Ja. Ich finde das so geil. Das ist der beste Spruch. See ya. Also diese Offspring-Crew ist schon die geilste. See ya. So, der 50B, sagst du, ist komplett runtergebrannt, oder was? Ach, da hinten steht er ja schon. Da steht er. 167 HP hat er noch. Du, der ist halt auch nicht gewonnen, ja, das Game fällt mir ab. Ich versuche mich jetzt hier hinten in diesen Highdown reinzubringen, okay? Ist das eine Idee? Meinst du nicht? Ist es dumm? Ja, probier's. Ich wäre erstmal jetzt hier drüben wildrumsnipern. Ja, aber mach mal jetzt so eine 5000 VR-8-Ansage. Was soll ich jetzt machen? Ich bin wieder... Ich habe mich völlig in meinen gesanglosen Talentsgesprächen verloren. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen tun soll. Oh, die sind schon da. Die sind schon hin und weiter, oder? Die sind schon da. Arschgeige ist auch ein geiles Instrument, ja. Den Kill am Jagd verpasst. Ach, crap, das war richtig schlecht von mir gerade. Junge, da ist ja auch nicht was los da unten, ja. Also Jagd ist One-Hit, Concept auch. Und der Rest Full-HP anscheinend. Ja, die begnadeten Arschgeige-Spieler. Das musst du auch erstmal können. Erkennst du nicht? Ich bin offen. Wie? Wie siehst du noch? Ich bin voll. Ja, dann... Ich weiß nicht, vielleicht früher oder später wird durch Norden irgendwie ein Skorpion kommen oder so. Aber ich glaube, wir können das hier noch so eine Weile ganz entspannt angehen. Ja, du kannst dich hinten in die Welt stellen. Ich kann hier aus dem Highdown eigentlich spotten. Ich bin offen, ich glaube, hier vorne steht schon irgendwo was. Aber ich weiß nicht, wo. Der Geh-Zor ist nach vorne gefahren. Rhythmus klatschen, ist auch wild. Ich bin schon wieder offen. Ey, okay, wie kann ich... Der Geh-Zor steht schon irgendwo ganz weit von. Ich weiß, wo er steht. Ich lösche ihn jetzt. Da oder da? Ja. Er kann auch da neben dem Stein stehen, ne? Da hinten? Ah. Na, nee, da hätte er mich nicht gesehen. Nicht schon. Kann er auch da stehen? Ah, lol. Da ist er schon. Stehst du da safe, wo du bist? Na, nicht zwingend, du. So, ich klatsche jetzt den Skorpion weg. Jawohl. Tu das. Jetzt will ich aber die Tausender sehen. Ich meine, ich werde ihn finishen müssen, oder? Okay. Oh ja, sehr gut. So, SMV hat einen raus. Heat. Best Practice. Ich habe das Gefühl, dass der Jagd hier gleich hinter mir kommt. Ja, komm, ich fahre da rum. Ich gehe der Jagd in Bumsen und dann kann man das da entspannen. Soll ich hier unten durchfahren? Wie du denkst du? Ich fahre sonst einfach hinten rum, weißt du? Mach wie du denkst. Also ich bin auch schon wieder offen. Der G-Saw ist wieder im Gebüsch, nehme ich an. Easy bounce. Da unten steht die Radder jetzt. Also wenn wir den rauskriegen, das wäre schon wild. Ich mache jetzt den G-Saw, okay? Mach ich doch nicht. Vorsicht, ich fahre kurz square. Ja. Ich gucke nach dem Jagdpanzer. Ah, mein Late Game, du völlig für den Arsch. Ich habe seit 5 Minuten keinen Damage mehr gemacht. Alle besser hier, die Jungs. Der G-Saw ist einfach besser. Ja, er kann halt machen, was er will, da ist einziger Light. Ist auch keine Optik dabei oder so. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach, ich fahre einfach rein? Ja, fahre einfach drauf. Das Ding ist durch, fahre einfach drauf. Ey, lol, der Stand hier, mit dem habe ich da gar nicht gerechnet. Ich habe hier um die Ecke geguckt, habe nichts gesehen und dann bin ich durchgefahren. Und dann sehe ich den auf einmal und da musste ich gerade einen 360 No-Scope raushauen. Den guten einen 360 No-Scope. Gehen wir jetzt nicht drauf, wir haben Waffen, Brüder. Ja, Gott. Wo steht er denn jetzt bitte? Nice. Nice. Ich gehe mal drauf. Mach wie du denkst, wir fangen normalerweise Ehekrisen an. Ja, wenn Frauen das zu dir sagen, das ist was anderes, als wenn ein Mann zu dir sagt, mach wie du denkst. Das ist dann so, ja, machst das schon. Das ist Vertrauen. Wenn das eine Frau zu dir sagt, dann weißt du, dass du gefickt bist. Wenn der Mann das sagt, dann interpretiert man da nichts rein, dann versteht man die Worte einfach nur so, wie sie gesagt werden. Wenn das eine Frau zu dir sagt, dann heißt das, okay, mach das, so wie du denkst, aber dann bringe ich dich um. Aber mach es ja auch nicht falsch. Oder ich bringe dich um. Oh, ich bin gespottet. Der steht schon irgendwo hier hinter mir, glaube ich. Boah, das wird jetzt ein wilder Killshot. Mach ihn. Oha, ich bounce an ihm. Kein Damage gemacht. Loli, bounce an ihm. Du kannst das Objekt noch einladen, dann haben wir ja auch so eine Medaille, glaube ich. Ne, wir haben ja nur elf Kills. Scheiße, ich kann das nicht im Gefecht machen. Ja, ich kann das auch nicht. Okay, never mind, das funktioniert nicht. Ja, ich brauche uns an dieser Warte. Drei Minuten um die Karte fahren. Kannst du dich hier so zurückfahren? Ich kann auch einfach Cappen fahren. Aber die Zeit nicht reichen. Ach so. Ich bin gerade aufgegangen. Es kann auch sein, dass er hier hochgefahren ist. Meinst du? Wollen wir nicht zur Zeit in den Cap fahren? Ich habe jetzt keinen Bock, G-Saw zu jagen. Ja. Ich gucke hier in die Ecke noch und dann komme ich auch mal zum Cap. Da ist er. Oh Gott. Ja gut, da kommt er jetzt nicht weg. Da kommt er wirklich nicht weg. Ich glaube, er treibt sich selbst in dich rein. Ich habe ihm nur noch ganz kurz bewusst gemacht, dass das sein letzter Schuss war auf mich. Ich habe noch mal Goodbye gewunken dem Kollegen. Goodbye, my G-Saw. Goodbye, my almost friend. Michael Rebell, vielen Dank für die 20 Monate. Dankeschön. Wir haben gerade von der Frau gesprochen. Ich habe tatsächlich auch gerade gemeldet. Ich gehe mal ganz kurz dem Matteo die Zähne putzen. Ach so, dann kann ich kurz aufs Flo, ne? Wenn er die Blase drückt. Halt und so. Ja, weil machen wir. Alright. 7.000 Schaden. Nice. Hä? Wo ist das denn entstanden? Wann? Gute Frage, du. Frage ich mich auch gerade. Am Anfang, oder was? Ich habe irgendwie nach zwei Minuten 5k Damage gehabt, ja. Ach so. Nice. Das ging ab. Das hört sich so an, so ich habe 2.000 Schaden. Du hast dich eigentlich nur darüber beschwert, dass du in den ersten paar Minuten so viel Schaden gemacht hast und dann nicht mehr. Richtig. Du kennst doch, du weißt doch, wer es ist, Olaf. Ist ja eine Team-Challenge quasi. Ich helfe dir ja. Guck mal, unser Sheridan hat einen ganz passenden Nickname für ein Light. Greedy Player. Ja. 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 Oh, das sind aber ganz schöne, ganz schön schöne Heavis am Start. Ui. Ja, fast. Ich habe ihn gestunnt. Das hat ihn auch jemand betroffen. Kein Schaden. Oh, das ist gerade ein Baum gefahren. Oh ja, schön, schön. Nur eine Unterstützungsschaden lässt, so ein bisschen auf sich warten. Oh, jetzt hätte man 156. Warst du das? Das war ich, ja. Der Arm-X ist ein Gamer, du. Der zappelt da. Ich glaube, wir haben ja richtig viel im Süden, was der EBR-Schmutz fängt. 60TP habe ich gespottet. Ist das dein Spot auf den VZ? Oder Anteil nicht? Nee, nee, nee. Aber 60TP. Ja, ich habe gerade auf den geschossen, Mensch. Ja, ich bin gleich nachgeladen in 6. Arm-X ist nicht meiner. Ich muss gleich zur... Scheiße, der Drecks-EBR outspottet mich hier die ganze Zeit. Das ist der Scheiß-EBR steht da in einem Busch drin. Boah. Naja, vor allem unser Team ist ja nicht mehr in die Stadt gefahren. Ein Drittel unseres Teams hockt hier einfach rum. Tja, es ist halt auch die Kack-Seite, ne? Ich wollte halt irgendwie den EBR-Countern, aber... Bleib einfach am Leben und alles... Guck mal hier. Ah, er wird mutig. Aber unser EBR steht passiv im Gebüsch. Äh, unser Sherry dann. Oh, jetzt habe ich... Ich habe gerade 1700 auf den TVP bekommen. Ja, weil ich versuche den zu finishen, dann kann man den Badgett auch überschneiden. Also 2-2 habe ich ein Peddo. Ja, wir müssen irgendwie den EBR loswerden, ne? Ja, sobald er sich zurückfallen lässt, habe ich Schlussfeld. Ach komm, kann der denn nicht treffen, Alter? Hm... Jetzt habe ich Schlussfeld. Entschuldigung. Dammit. Ich hätte direkt treffen müssen. Nice. Ja, jetzt hat er definitiv, glaube ich, ein Problem. Jetzt ist auf jeden Fall sein abgefucktes Freeplay vorbei. Wir sind aber gerade dabei, auch die Stadt zu verlieren. Ja, wir müssen jetzt nur mal den 140er loswerden. Ja, na dann jodel ihn. Ich will mal mit drauf da drüben auf den 140er. Wenn du mal aufmachen kannst. Ja, ich spotte... Ich versuche ihn zu spotten, aber ich will erst mal den EBR jetzt loswerden. Der ist nämlich hier schon wieder einmal hochjodel. Ach Gott, das war doch ein perfekter Schuss, Mensch. Reifen getroffen? Oh, was war das denn? Wer hat denn da gerade geschossen? Schön. Also sind jetzt zwei One-Shots. Und ein T-100-Light gespottet. Dizzle. DBR ist jetzt zumindest down. Mal 40er ist auch down. Ich könnte jetzt versuchen, dass du dich jetzt rückziehst. Also ich nehme an, dass einer der TDs noch irgendwo stehen wird, ne? Ich weiß nicht, wo der Stritzwagen für beide Kills gemacht hat, aber ich würde schätzen, dass vielleicht eine Mitte steht. Ja, das denke ich auch. Ich will ihn von oben versuchen zu spotten. Also hinter ihn zu kommen. Ja, unser 2,60 ist offen, also der T-100 ist noch irgendwo in der Mitte. Ja, der steht da unter der Brücke. Ich bin auch vorliegt. Artie habe ich gerade gesehen. Boah, ich könnte jetzt die Arties klatschen. Aber ich helfe dir mit dem Stritz. Mach lieber die Artie. Mach irgendwas halt. Ja, ich hoffe, der Stritz zieht sich gleich oben ein, er kann nicht draufschießen. Bin hier drauf? Komm, Stritz. Schön. Das macht Spaß mit dem EBR auf so einer offenen Karte, ne? Einfach die ganze Zeit Vollgas durch die Gegend. Einfach nur nerven. Genau. Eine richtige Pissnake, ihr da. Mhh, wie das EBR. Grille, ich bin drauf. Oh, come on. Wir schießen beide vorbei in der Grille. Bei wie viel Assist bist du? 3-3, was ich gesehen habe bis jetzt. Oder Combine. 10 Sekunden? Ja, der Grille hat gerade geschossen. Er wird offen bleiben erstmal. TR-100 Lite steht, naja, Brücke, Dauer. Oh, erstmal AMX. Der hat die Grille direkt getroffen. Ich hoffe auf viel Damage. AMX in 10. Obwohl es nicht dein Spot, du könntest eher den EBR spotten gehen. Ah, den TR-100 meine ich spotten gehen. Oder die Grille. Oh ja. Oh, er ist ja immer noch gestunnt, der Kollege. Oh, oh mein Gott. Du, nicht, dass der TR-100 uns jetzt holen kann. Ich gehe jetzt den TR-100 Lite abfreak. Vielleicht steht er da an diesem Gebüsch. Kann ich mir vorstellen. Nee, er ist tatsächlich schon hier zu unserem Weg. Ich habe nur eins. Sind die nicht mehr angekratzt? Fuck you. Ich habe ihn getrackt für dich. Jawoll. Jawoll. Uh, das ist, äh, ich habe jetzt hier angezeigt, äh, 6-3. Du hast auf die Grille noch ungefähr 1000. Ähm. Ja, ja, ja. Bestimmt auf einen der Heavys noch ein bisschen was kassiert. 6-3, 6-3 habe ich angezeigt. Kombiniert. Aber Grille wurde nicht angezeigt, der Unterstützung schrauben. Ah, es hat gereicht. 7-3. Aoi. Und hier Wachposten plus Petrol, Duty, Swims, Aufklärer und Wachposten. Okay, wo, wo klären wir jetzt die Gegner weg? Start, oder? Los geht's! Pssst! Entmute dich! Verzeihung, sorry. Wir sehen jetzt hier die Yamato, ja. Wir müssten aber eigentlich rechts abbiegen jetzt. Da in den Teich rein, oder was? Über das Wasser schippern, ja. Eigentlich kann uns ja keiner was. Jetto oben. Boah, Trackshot für 800 noch dazugegeben. Boah. Okay, meine Runde war jetzt schon dritte Gunmark-Style. Ein Hit für 600, 1299 Tracking. Dritte Gunmark-Level. Ein Hit, fellas. Jetzt kann ich Yamato spielen. Die Forst hat auch schon keine AP mehr, wow. Ich würde so gerne dieses Maschinengewehr hier oben, einfach nur, einfach nur, weil es übelst krank, gräßig ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt spottet bin oder nicht. Schießt du, hast du die Terp Gun drauf? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, du liebst Olaf halt wirklich einfach gar nicht, ne? Doch, du, das ist... Ich glaube, ich spare es mit Olaf. Da vor dem VZ steht noch irgendwas. Das 430 U. Habe ich auch gerade getroffen. Olaf ist einfach ein Sniper-Gott. Ja, hast du den denn jetzt gemacht? 631 Kommandantenluke, safe, easy. Kommandantenluke, okay. Ich glaube, der steht da immer noch. Guck mal, unser 277. Der ist ja mutig. Ich glaube eher, dass er ein Idiot ist, aber... Mutiger Idiot. Guck mal, jetzt zieht er da rüber. LOL. Was, LOL? Olaf. Wie hast du den gemacht? Olaf, okay. Seite vom VZ. Was, LOL? So, komm. Abfahrt. Ich schiebe mir jetzt kurz 6000 AP da auch hinterher. Wenn er mutig ist. Auch wenn er... Auch wenn das irgendwie... Oh, hi. Ich fahr zurück. Ciao. Machen wir das. Ich fahr auch zurück. Ich hab gleich auch keine AP mehr. Musst du ganz kurz mal stehenbleiben? Ich bleib kurz. Weil wir Supercore-Cry eben einen nageln. Gerade noch. So. Dann will der mit 2430 hoch. Ja, ich hab ganz kurz mal... Ich hab ganz kurz mal nur 1500 AP verschenkt. Aber muss auch mal... Du sagtest ja vorhin bereits, man muss auch mal geben. Richtig. Können wir dem 277 irgendwie helfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Er wird da jetzt einfach... Er wird da jetzt einfach... Ekelhaft in der Senke... Weggeknackt. Ja. Ja. Das arme Schwein. Ich fühle ihn. Ich wollte ihm helfen, aber er war zu wahnsinnig. Außerdem steht gefühlt das ganze Gegnerteam hier, oder? Kannst du mal ganz kurz die Positionen mit dem Marker besetzen vom Conqueror? Ja. Du ziehst einfach durch. Der stand ganz außen, du. Der Conqueror ist nicht mehr da. Aber da auf der Position von dem ehemals Conqueror, da stand ja noch... Hier, ein Stück rechts, ein Meter rechts. Schön. Ja, das war wieder das typische Szenario, ne? Sturmmaske auf, Tennissocken an und 277 mitten in der Bukake-Runde. Und dann... Ja. Aber ich meine, er hatte auch so ein Armband um. Er wollte das. Er hatte so ein neonfarbenes Armband um. Er wollte das. Ganz klar. Habe ich gesehen. Oh, du hast aber auch gerade harttonated. Was hat das mit dem neonfarbenen Armband auf sich? Das wirst du herausfinden, wenn du älter bist. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das ist noch vor 10. Ich habe noch nie Objekt 277 gespielt. Ach so. Ja, gut. Das hat wenig mit dem 277 zu tun. Ah, da fällt ein Baum. Ne, habe ich gerade gefällt. Ach so. Olaf ist in Warteposition. Ich klatsche aber nochmal daneben. Ah, da steht aber nichts mehr. Ah, ich habe es für 30 Uhr wieder getroffen. Oh. What? Grille hat ein GWE weggemacht. Ja, aus dem Mittelverein. Guter Mann. Den sollten wir ins Platon einladen. Er weiß, wie es geht. Er hält uns die Arli vom Leibe. Wieder getroffen. Oh, da steht rechts neben dem Haus steht was. Glaube ich. Aber da steht überall was los. Ah, ich gehe mal gucken, ob hier. Wobei E3 ist halt so ein richtiger Showstopper für den Type 5, ne? Ja, und vor allem, wo er auch steht, da außen an der äußersten Ecke. Wir könnten vielleicht überlegen, hierhin rumzufahren und dann von innen reinzubringen. Ja, lass das mal tun. Ja, das klingt, das klingt mies schlau. Naja, da will ich jetzt nicht crossen, du. Ach so. Ja. Also ich glaube, dass du dann kassieren wirst. Wir spielen blamieren oder kassieren. Kann ich jetzt hier crossen? Ich bin nicht offen. Ich wiederhole, ich bin nicht offen. TVP oben, ich aim da mal hin. Ja, ich bin auch mit drauf. Wir werden ihn aber nicht sehen, solange er nicht schießt, glaube ich. Ja, aber er gehört zu der Fraktion, er schießt zu... Hi. Ich hätte ihn machen können. Jetzt ist es natürlich ein bisschen... Mach den da. Ja, wohl. Hat er den noch eingegeben, dann lass mich vorfahren. Ah, na. Da ist der TVP. Der ist beschäftigt. Der Vorfährt uns hinterher, anstatt da weiter zu fahren. Also zu warten, meine ich. Vorsicht vor uns, Conqueror. Ne, Vorsicht E3. Der sich zurückfallen kann, wir haben keine HP mehr. Aber einen musste ich noch töten. Ich hatte so schön auf den E3 eingeaimt und dann auf einmal, flupp, hatte ich ein Rohr in meinem Gesicht. Sorry. Und ein neonfarbenes Armband. Der E3 hat ja auch immer noch seine Sturmmaske auf. Und Tennissocken. Ja. Ja. So, ich fahr hier rechts lang. Du machst links. Dann kannst mal zusammenbleiben. Na, der E3 piegt dich sonst. Du kannst reinfahren, ich nehme den E3 ab. Oh, heil. Ich hab doch abgedrückt. Ja, das war nicht deine Schuld. Ich hab da doch abgedrückt, Mensch. Ey, 12 HP, was ist das denn? Ja, aber vor allem, ich hab da abgedrückt. Das ist das Problem mit diesen Sturmmasken und den Tennissockenträgern. Ich schwör's dir. Ey, wir verlieren das jetzt noch. Weil die, lol. Ich hab grad vorbeigeschossen. Und er auch. Mexican Stand, Mexican Stand-Off. Weil man lädt schneller als ich. Ja. Oh, die Adi verschießt. Aber, Conqueror in deinem Arsch verschießt auch. Jawohl. Helfen tut dir sowieso keiner. Gott, bitterste Niederlage ever. Redshit-Konkel. Oh, nee. Das war fair von ihm. Weil der gejudelt hat auch die ganze Zeit. Das war fair von ihm. Ihn interessiert aber auch einfach gar nichts. Conqueror ist da. Sir von... Ich glaube, er ist mies aufgeregt. Ich glaube, dass er weiß, wer du bist. So aufgeregt ist er gerade. Er ist tot. Ach, ich hab ja auch eine AP, sehe ich die ganze Zeit. Mit der AP hätte ich ihn natürlich kehren können. Es gibt noch andere Munitionen. Ah, die Badge erklärt das. Was ist denn das hier für ein wilder Aufkleber auf ihm? Ja, das hat er echt gut gemacht hier. Ich wollte gerade im Chat schreiben, dass er mir bitte helfen soll. Und in dem Moment pickt der E3 wieder um die Ecke. Ist das hier eine... Das ist eine Riesen-Hundemarke. Ach, jetzt erkenne ich das erst. Oh, ich bin dran. Der Progetto hier mit seiner Clan-Wall-Reward-Tarnung ist noch Full-HP. What? Das freut mich für ihn doch. Oh, nein. Ja, aber wie gesagt, hier... Der... Progetto ist jetzt gerade gespottet worden. Also vor ihm steht der Streuselwagen. Ja, und dann steht die Grille hier als einziger außen. Steht der Stützwagen oben drauf oder unten? Unten. Und... Beide Artis haben gerade an dem Streuselwagen vorbeigeschossen. Die Grille mich jetzt pennt nicht tot. Ich bin gespottet, ey. Da ist die Grille. Jetzt will ich aber auch ein Tausender-Brett sehen. Schön. Bitte, Progetto. Bitte, sag mir, du nimmst ihn. Oh, Junge. Er kann ihn nicht mehr nehmen. Er hat zweimal verfehlt. Er hat verschossen. Aber die Grille hat... Oh, die Grille bauen... Was ist das für eine Clown-Fiesta hier schon wieder? Mein Schuss. Und dieser Vollidiot im Time-Five verschießt auch. Ja. Oh, Gott. Das war gerade so ein Schuss wie so eine Airsoft aus dem Lidl mit einem kleinen Windstoß. Eine Airsoft... Verkauft... Verkauft Lidl Airsoft? Keine Ahnung. Ich frage für einen Freund. Ja, wahrscheinlich. So eine kleine Spielzeugpistole, weißt du? So eine Wasserpistole. Und die hat quasi... Dafür, dass der Progetto jetzt seine HP bis zum Schluss aufgehoben hat, hat er sie jetzt aber auch wieder ganz schön fair verteilt. Woher hat er diese Tarnung? Dieses Clan-War-G-Tarnung. Da denkt man ja immer, man hat es mit einem guten Spieler zu tun, ne? Denk weiter, ja. Komm weiter. Ah, der Proxy-Spot, jetzt ist er da. Nice. Der Schuss ist aber auch fünf Sekunden unterwegs gewesen. Und vor allem wäre er fast wieder vorbeigegangen. Am Joghurt-Ninja. Ja, stark. Ich würde sagen, Olaf hat geklärt. Ist einfach... Olaf ist halt einfach... Spitzenpersonal. Machst du nix. Aber manchmal diese Schüsse, du hast abgedrückt und platzt dann und dein Schuss kommt gar nicht mehr. Also, weiß ich nicht, der E3 hätte eigentlich tot sein müssen. Ja. Aber bessere Internetverbindung, denke ich mal. Einfach. Bei allem... Guck mal, der gegnerische Blechdosenöffner hat fast 5000 gespottet in der Mitte. Antwortet jetzt keiner, oder was? Sorry, wie bitte? Ich hab gerade nichts... Nein, ich musste... Ich hab dem Team gerade... Ich hab das Team gerade begrüßt. Good luck gewünscht. Ah, der E3. YouTube. Da versteht man sich, ne? Ja. Amerikanische TD-Fahrer unter sich. Der Rest sind... Ey! Alter. Ja. Lassen wir hier wieder... Diese Battle Pass Stufe 1 Games, die sehen immer so lustig aus. So, so nackt, weißt du? So Molche oder Lurche. Oh, 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 mein. Unser für 30 Uhr hat gerade ein paar P-Verloren. Lol. 30 Sekunden gespielt, zwei Panzer verloren. Drei Panzer verloren. Junge, what the fuck. Vor allem das 708... Äh, das 7... Wie heißt das hier? 2684. Der stand... ...quasi... Ich hab's gesehen. ...auf unserer Seite, ne? Zu uns. Und hat geschossen. Wahnsinn. Ja. Kräftiger Typ. So, dann spotten wir jetzt mal hin. Ist er getrackt? Ja, ich bin hier gerade auf ein 60 dp drauf. Der ist auch tot. Nächster Tank, der tot ist. Junge, eine Minute, vier Tanks tot. Ah, alter. Oh, ich hab eins, drei, da sieben Schaden und zwei Kills. Ich bin raus aus der Runde. Ciao. Ja. Jetzt Schluss. Junge, was machst du denn da? Der ist so dumm. Da steht aber noch was, ne? Also, nicht vorschnell jetzt hier ins Gas beißen und so. Ich hätte nicht mehr mitspielen sollen. Mach eins, grad da sieben. Boah, eher ein 100. Auch dead. Wer schießt denn da alles auf dich? LTTD ist da drüben vom Haus. Und die Art, die Grille gerade einfach straight irgendwie durch den Turm durch. Neben dem Haus, sagst du? Rechts oder links neben dem Haus? Ah, da hab ich grad nicht genügend aufgepasst, kann ich denn die Sagen. Über da drüben zumindest. Aber gut, da wird gleich was aufgehen. Und ich rotier mal hier rüber zu den Mäziums, Mäziatiums. Weil hier unser Light macht vielleicht auch was auf. Was ergeht jetzt? Unser Light hat aber nicht so richtig Bock, oder? Noch nicht. Aber das wird noch. Meinst du? Oh, der Streisselwagen. Ich steche mir komplett falsch. Minus. Da ist die Knülle, guck mal. Irgendwann. Ja, einfach. Der Projet in der Mitte sitzt auch da wie so ein Sitting Duck. Ich würde fast sagen, dass die andere dann auch noch da drüben steht. Ja, irgendwas steht da auf jeden Fall noch. Hat ja der F aufgereicht. Ich bounce an ihm. Ich glaub mit HE am STB seitlich, nur Schaden. Mit AP. Seitlich. Wir haben dich nicht mal angekratzt. Lassacker. Ich geb dir so ne tausende HE-Shader. Das ist ein Latschenfest. Du hast die Batchel jetzt. Ich bin ready. Ich seh ihn nicht. Ich dachte, ich würde ihn jetzt hier vielleicht sehen, aber ich hab ihn tatsächlich nicht gespielt. Loll, ich bounce schon wieder. Mit AP an der Seite vom Kranbahn. Wollt ihr mich verarschen? Die Batchel wird abgehauen sein. Was ist das für eine Runde, Alter? Das ist krass, oder? Du denkst, es kann nicht extremer oder schneller werden? Und dann, bup, eine Minute vier Panzertort. Aber ey, wir müssen auch mal fair mit den Leuten sein. Es ist Stufe 10. Da kann man nicht erwarten, dass man das Spiel beherrscht. Ach, scheiße. Der Batchel piekt nochmal komplett hoch. Oh, und der bleibt schon. Junge Batchel-Frau. Tu mir das nicht an. Überleg nochmal zu pieken, oder was? Ja, er traut dich. Weißt, ich snapshotte den, weil ich denke, okay, der wird schnell in Deckung fahren. Und dann bleibt er da oben einfach eine Stunde stehen. Ach, er hat aufgegeben. Okay. Auf Stufe 10 darf man wirklich nicht davon ausgehen, dass die Leute ihre Tanks beherrschen. Oder die Grundlagen im Spiel können. Aber ich meine, Stufe 10 ist halt auch der beste Platz, um das Ganze zu lernen. Ja. Da ist auch die echte Meter zu Hause. Ich meine, das nützt ja auch nichts, wenn du auf Tier 5 die ganze Zeit gegen die TDs mit Schere Tarnett spielst. Dann lieber gegen die mit Turbo. Es ist wie auch ganz so oft im Leben, du musst einfach ins kalte Wasser springen. 100 Euro ausgeben, zack, ins kalte Zehnerwasser springen. Und mit jodeln. Junge, ich hab gespottet. Läuft. Also nochmal, ja, sagst du? Gerne. Yo, Sir Hiss, vielen Dank für die 2 Monate, Dankeschön. Und Morphagel, vielen Dank für die 33 Monate, Dankeschön. Okay, vorhin hat er gesagt, immer in den Süden, also... Ab in den Süden. Genau. Oh Gott, wenn ich ins Gegenteil gucke, kommen die denn schon wieder her? Sind die jetzt entbannt worden plötzlich? Oh, Junge. Es gibt zwei Individuen auf diesem Planeten, die ich gar nicht vermisst habe. Wirklich, echt. Also ich kenne noch ein paar mehr, aber die gehören mir dazu, ja. Junge mein, ey. Okay. Okay. Wir haben auch unser Light spottet, ich bleib erstmal ganz kurz hier als Backup stehen. Das ist mir gespottet worden. Ich hab schon wieder den gegnerischen Light aufgemacht. Der gerade den RV farmt. Ja. Also was das. 3DS-factor 2. Das war ein Dt. Das war ein Dt. Bingo. Danke. Das war ein Dt. Hä? Was war ein Dt. Ich hab mir gerade… Ja. Oh, was war Esse? Also war es so. Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, war das? Oh, war das war das? Also war das war ja auch da. Hast du da schon mal den Gummipindeln Bekanntschaft machen dürfen? Die stehen vor mir, ja. Ach ja, oben ist da einer. Auf jeden Fall dem Gegnerteam wieder gratulieren, das machen sie ja gar nicht mal so gut. Gummipinsel ist gerade mit Heat an mir abgeprallt. Ich flankier die gleiche Anmeldung. Alter, wie? Gummipinsel, ich komm hinten rum. Alter, jetzt lass doch wenigstens mal ein bisschen Platz hier. Ey, wie die es einfach nicht hinkriegen, mal vernünftig nebeneinander zu fahren. Junge. Jetzt bewege dich mit deinem Arm, X. Geh rein dort, du Hans. Boah, ey, wie kann man so eine Suppenschüssel sein? Fahr doch jetzt mal. Ich bin weiter vorne, als du merkst du das? Danke. Werkungstreffer. Köh, köh. Der ging voll durch ihre Fässerung. Die Gummischüssel hat in den Boden geschossen. Na, Gummischüssel? Jetzt gibt's Auer auf dem Boden. Mach ruhig, mach ruhig. Alter, was ist das für ne Runde? Ich hatte gerade mehr zu kämpfen mit meinen Mitspielern, Heavis hier, als mit den Gegnern. Schätzt man auch nett zueinander, ich seh schon. Fuck you all. Ja. Solche Runden machen mir irgendwie Angst manchmal, ne? Ey, wie die alle hier geschoben und gedrängelt haben und trotzdem gewinnen wir das hier 15 Euro. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie sich da rein stürzen da drüben da. Wie wir hier alle dastehen. Oh, wie solche Gummipinsel da. Gummipinsel weiter auf mich schießen, aber er hat seinen Schuss fachmännisch in den Boden gesetzt. Der Gummipinsel ist mit Heat an mir gebounced. Ja, das ist doch schön. Dann hab ich ihn geklatscht. Mann. Ey, solche Games wirklich. Nice. Oder auch nicht. Ja, nicht so nice, eher. Ganz ehrlich, ich hatte vorhin die ersten elf Gefechte auf Tier 6. Das war halt einfach kultivierteres Gameplay, ne? Das glaub ich dir sofort, ja. Bruder. Geht hier einfach. Jawohl.